Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Vom Geheimtipp zur internationalen Erfolgsgeschichte. Die Erfolgsstory von Nutella. Die unwahrscheinliche Geschichte von Nutella. Von der Notlösung zum globalen Triumph. Sie ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Frühstückstisches auf der ganzen Welt geworden. Nutella. Aber wussten Sie, dass die flüssige, kakaohaltige Creme, die typischerweise auf Brot oder Brötchen gestrichen wird, ursprünglich aus einer Notlage heraus entstand? Tatsächlich begann die Erfolgsgeschichte von Nutella in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als Kakao in Europa rar und teuer war. Eine süße Lösung in harten Zeiten. Pietro Ferro, ein Bäckermeister aus dem norditalienischen Alba, suchte eine kostengünstige Alternative zu teurer Schokolade. Er erfand ein Produkt, das er Pasta Gianduia nannte. Eine Kombination aus Haselnüssen, die in der Region Piemone häufig vorkamen, und Kakao. Im Jahr 1946 begann Ferrero mit der Produktion und Vermarktung seiner Haselnusscreme. Der Weg zur Beliebtheit. In einem kühnen Schachzug entschloss sich Ferrero 1963, seine Haselnusscreme zu verflüssigen, damit die Verbraucher sie leichter auf ihr Brot streichen konnten. Das Produkt, das er Supercrema nannte, wurde umbenannt in Nutella, ein Wortspiel, das die englischen Wörter für Nuss, Nut und Süß, Sweet kombiniert. Der Erfolg von Nutella war jedoch nicht nur auf sein einzigartiges Geschmackserlebnis zurückzuführen, sondern auch auf eine innovative Marketingstrategie. Ferrero erkannte die Bedeutung des Fernsehens als Medium für Werbung und nutzte es, um Nutella in den italienischen Haushalten bekannt zu machen. Heute wird Nutella in mehr als 160 Ländern verkauft und ist damit eines der beliebtesten Brotaufstriche weltweit. Interessanterweise hat sich das Grundrezept von Nutella seit der ersten Produktion kaum verändert. Es besteht immer noch hauptsächlich aus Haselnüssen, Kakao, Zucker und Palmenöl. Die faszinierende Geschichte von Nutella ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein einfaches Produkt, das aus einer Krise heraus entsteht, zu einem weltweiten Erfolg werden kann. Ohne Zweifel wird Nutella auch in den kommenden Jahren auf Frühstückstischen auf der ganzen Welt präsent sein und weiterhin Freude und Süße in das Leben vieler Menschen bringen. Autor Anita Farke, Samstag, 24. April Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.